Entschuldigung, ist das nicht ein bisschen laut für Yoga? Naja, mit der Klangschale kommen wir ja gegen den Lärm von den LNG-Schiffen nicht mehr an. Wir bieten jetzt nur noch Heavy Metal-Yoga an. Und das funktioniert? Sehen Sie ja. Der Dame da scheint es zu gefallen. Frau Mattwitz, die ist kaum. Aber sogar die nervt dieses ständige Brummen von den LNG-Schiffen. Das merkt man ja auch selbst, wenn man es nicht hören kann. Das war der letzte Versuch. Die Leute kommen ja auch eigentlich zum Entspannen her und nicht zum Abstressen. Ja, also wenn Sie mich fragen, leider nicht geil.